Okay, Dad, die hier sind die Letzten. Gut, dann packe ich die ins Auto. Danke. Sollte der nicht eher in einem Museum stehen? Hey. Das ist eine Art Familienjuwel. Mein... Unser Opa hat damit sein hundertstes Tor gemacht. Auswärts, Coventry City, Februar 1969. Linker Volley. Traumtor. Hier. Hat mir Glück gebracht. Komm. Musst du wirklich los? Ich bin bald wieder da. Okay. Wenn du wieder da bist, trainieren wir zusammen, okay? Okay. Beeil dich, sonst verpasst du noch den Fliegel. Ja, ich komme, ich komme. Hey, Alex. Danke. Du hast mich um Ratschlag gebeten, weißt du noch? Am Punkt zählt. Die Konzentration bewahren und einfach machen. Du hast mich um Ratschlag gebeten. Ja, ich habe ein Ratschlag gebeten. Du hast mich um Ratschlag gebeten. ... ... ... Bis zum nächsten Mal.